Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Badnitzke von Loxon. Loxon ist der Spezialist im Bereich Haus- und Gebäudeautomation. Das Herzstück der Loxon Miniserver ist das ideale Werkzeug zur einfachen Steuerung und intelligenten Automatisierung von Projekten jeder Art. Angefangen bei Smart Homes bis hin zu Gewerbeobjekten und Spezialanwendungen. Als autorisierter Loxon Partner profitieren Sie von vielen Vorteilen. Die Top-Vorteile habe ich nun für Sie zusammengefasst. Loxon positioniert sich am Markt als leistbare Gebäudeautomationslösung. Die Lösungen von Loxon sind einfach, zuverlässig und universell einsetzbar. Die Konfigurationssoftware, Apps und Updates sind lizenzfrei, sodass Sie sofort loslegen können. Bei uns erhalten Sie alle Produkte für Ihre Automatisierungsprojekte aus einer Hand. Von den nötigen Steuerungskomponenten über die passende Sensorik bis hin zur hochwertigen LED-Beleuchtungstechnik und dem geeigneten Multiroom-Audiosystem. Unser umfassendes Produktsortiment deckt alle Ihre Anforderungen ab. Neben den eigenen Produktentwicklungen bieten wir Ihnen eine Vielzahl an offenen Schnittstellen. Somit erhalten Sie die Flexibilität, die Sie benötigen. Loxon bietet seit mehr als zehn Jahren Lösungen im Bereich Gebäudeautomation an. Es wurden bereits mehr als 120.000 Projekte realisiert. Reihen Sie sich jetzt in das flächendeckende Partnernetzwerk von mehr als 10.000 Unternehmen ein. Großkonzerne wie Google und Amazon konzentrieren sich im Bereich Smart Home verstärkt auf den Do-it-yourself-Markt. Wir gehen bewusst den entgegengesetzten Weg. Loxon steht für professionelle Lösungen im Bereich Smart Home, Gewerbeprojekte und Spezialanwendungen, die durch autorisierte Fachpartner umgesetzt werden. Informieren Sie sich jetzt unverbindlich über die Lösungen von Loxon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017